Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Daniels offizieller Titel lautete Digital Marketing Manager und er war als einer von vier Mitarbeitern zuständig für Werbung und die Einführung der neuen Produkte. Er verwaltete ein gut gefülltes Budget. Schließlich ging es um etwas für... Das junge Unternehmen. Das neue Game Cyber Nation War sollte alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen und den deutschen Spieleentwickler endgültig in die Weltliga der Internetspiele katapultieren. Es sollte einen Spitzenplatz erobern, neben den ganz großen wie Fortnite, World of Warcraft, Counter-Strike oder Call of Duty. Die Führer Games Ltd., die ihr Hauptquartier in einem Gewerbegebiet am Rande von München hatte, konnte in ihrer fünfjährigen Geschichte bereits einige Erfolge in der Spielegemeinde der sogenannten Online-Challenge-Games feiern. Save the Princess hatte den Laden reich gemacht. War of the Clans war in der Szene berühmt berüchtigt. Es war ein hartes Geschäft hinter den Kulissen. Ein gnadenloser Kampf um einen weltweiten Milliardenmarkt und die Aufmerksamkeit der Kunden. Denn die Abonnenten oder Käufer waren längst nicht mehr nur Kinder oder Jugendliche. Das musste Daniel bei seinen Verkaufsstrategien berücksichtigen. Die Deutschen besaßen offenbar eine schier ungebremste Leidenschaft für Computerspiele. Etwa die Hälfte aller Menschen über 14 Jahren daddelte regelmäßig oder zumindest gelegentlich in der Freizeit. Und rund um den Globus sah es nicht viel anders aus. Kurz gesagt, das Geschäft lief wie verrückt. Und der nächste große Coup stand bereits bevor. Eine erste Version von Cyber Nation War war gerade fertiggestellt, ausgewählte Personen sollten das Spiel nun testen. Daniel gehörte wie immer dazu. Er musste sich einen Eindruck verschaffen, um Werbeargumente für den Verkauf finden zu können. Für gewöhnlich hatte auch sein Sohn Ben dann die Möglichkeit, die Spiele vorab auszuprobieren, obwohl das offiziell nicht erlaubt war. Aber Ben war immer ganz wild darauf, einer der Ersten zu sein. Er konnte sich stundenlang in sein Zimmer einsperren, um Runde über Runde vor dem Bildschirm zu hocken. Hin und wieder machte Daniel sich Sorgen, Ben könnte über das Online-Zocken die Schule vernachlässigen. Auf der anderen Seite lieferte ihm Bens Input gute Hinweise für die Vermarktung. Seine praktische Kritik und seine Tipps, wo die Firma noch feilen musste, waren von unschätzbarem Wert. Daniel schnappte sich seine Tasse und ging zum Kaffeeautomaten. Getränke waren bei Führer Games für die Angestellten gratis. Außerdem gab es einen Korb mit frischem Obst und einen mit Schokoriegeln. Beim Rückweg zu seinem Platz sah er den Programmentwicklern über die Schulter. Sie waren so sehr auf ihrer Arbeit konzentriert, dass sie ihn gar nicht bemerkten. Auf den Monitoren erschienen Ausschnitte von künstlichen Landkarten und Konstruktionen einzelner Spielfiguren. Andere widerschrieben Programmcodes, Zeilen, die auf den ersten Blick aussahen wie Sätze, für den Normalsterblichen aber völlig unverständlich waren. Es wimmelte nur so von Ausdrücken wie und Unmengen von Zeichen wie Sternchen, Schrägstrichen, Klammern oder Punkten. Insgesamt ergaben die Millionen Code-Zeilen am Ende das Computerprogramm, die Software, die durch weitere Dolmetscherprogramme übersetzt werden musste, damit die Geräte die Aufgaben und Befehle tatsächlich verstanden. Für Daniel war es wie Lesen in einem Buch. Er war schließlich vom Fach. Die wichtigsten Programmiersprachen konnte er in- und auswendig. Früher hatte er, ebenso wie seine Kollegen, für das Schreiben diese Codes gebrannt. Tagelang hatte er sich in diese kryptischen Zeichenfolgen vertiefen können, aus denen auf den Bildschirmen am Ende ganz neue Welten wurden. Auf dem Monitor eines Kollegen fiel ihm ein Fehler in einem Code auf, an dem dieser gerade schrieb. Er überlegte, ob er ihn darauf hinweisen sollte. Er wollte nicht wie ein Besserwisser klingen. Aber letztlich konnte sein Hinweis ja nur helfen. Er gab sich einen Ruck und tippte dem Programmierer auf die Schulter. »Ja«, rief der junge Mann laut, ohne seine Kopfhörer abzunehmen. Daniel machte ihm ein Zeichen, dass er mit ihm sprechen wolle, und deutete auf den Bildschirm. Der Kollege verzog das Gesicht und nahm den Kopfhörer ab. »Was ist? Ich bin beschäftigt, siehst du doch.« »Ähm, Entschuldigung«, Daniel zeigte auf die betreffende Stelle. »Da hast du dich bestimmt vertippt. Der Code wird nicht funktionieren.« »Ach, tatsächlich«, der junge Mann lehnte sich zurück und sah ihn mitleidig an. »Ich meine nur als Kollege.« »Was du nicht sagst, Kollege«, er hob spöttisch die Augenbrauen. »Wie schön, einen Kollegen wie dich zu haben, du Kollege, du.« »Ich wollte nur helfen.« »Weißt du was? Halte andere Menschen einfach nicht vom Arbeiten ab. Ich weiß genau, was ich tue. Warum müsst ihr Marketing-Fuzzis überall euren Senf dazugeben? Bleib in deiner Ecke, trink deinen Kaffee und kümmere dich um deine...«